Ich frage mich, wie der Hammer so stark werden konnte, was mein Sturm wohl trainiert hat. Moment! Ich rieche etwas! So, den haben wir auch. Oh, da ist ein Barack. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen jetzt ziemlich vorsichtig sein. So, da kommt jetzt keine Patrouille. So, guck weg. Guck weg, verdammt. Scheiß Bogenschütze. Ich bedresse Bleich heute in der Nähe. Ich kann sie riechen. Da ist noch was. So, da ist noch keine, die Stürzelpatrouille reinrennt. Fuck. Oh, oh. Das ist ziemlich unschön. Guck mal. Eine Leiche! Einer von uns! Ich suche in die andere Richtung weiter. Ich hab genug davon. Ich suche nicht mehr weiter. Ich hoffe, der Mörder ist weg. Hab heute keine Lust, ob es zu tun ist. Nein, 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 war nicht. War nicht. Ich tat echt rum, rum, rum. Wir sollten die Sklaven eine Grube graben lassen. Und sie hineinwerfen, wenn sie fertig sind. Dann sollen sie darin verhungern. Oh Gott, wie soll ich denn hier ungesehen durchkommen? Tja, ich hab hier mal was für euch. Und schütz. Halt mich nicht so ab, ich hab' den Werk. Nies und geworfen nur die Hände niemals zu schieben! Tja, ich bin's. Und da sind wir dann auch in der Zeit gekommen. Ja. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Was war das? Überhaupt nichts. Ha, ich glaub, die müssen wir hier bitte extrem lange gehen. Hab ich da gerade etwas gehört? Nein, hast du nicht. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Okay. Nichts. Oh, hier treibt sich ein Mörder herum! Wenn ein Urug im Kampf stirbt, dann hat er den Tag egal, was ihn erledigt hat. Na, endlich! Oh, oh. Oh, oh, hier kommt er jetzt nicht hoch, oder? Ich weiß nicht mehr. Du hast es vergiftet! Spice his cheeks, rettet meee! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Hey, this mess away, baby! And throw his gosh on a drink! Oh, 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 oh! So. So. Ich bin nicht grob im Eck, nicht helf. Um da zu einem Neuen Hughes statt, ein neues Fondament. Sei ein verruhlter khác weiter run! Aber wir deafen 24 Jahre lang! J mar BER ingen ming! Oh, 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 oh! Oh! So, jetzt will ich nochmal umgucken kurz. Nur der hier ist in der Nähe. So, in Sicherheit. Ich bin's, Hylgoth. Oh, meine Liebste. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Wenn ich wusste, was du liebst. Wenn ich wusste, was du liebst. Gut gemacht, Thalien. Wir schauen, wir wollen, Thalien. Doch wir finden uns in Frieden. So, und nun, wenn wir auf diese Folge... ... und dem nächsten Part wird es dann weitergehen mit einem weiteren Hauptquest. Und ich werde in der Zwischenzeit wieder ein paar Nebenbissionen machen. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mitt... ähm, Mittler... Ja, bei Mittlerade Morders Schatten. Interessant. ... ...